Robert Picht war ein deutscher Soziologe und Romanist. Leben und Wirken Als Sohn des Professors Georg Picht und seiner Ehefrau Edith Achsenfeld studierte er Soziologie und Romanistik an den Universitäten von München, Frankfurt, Main, Hamburg, Paris, Madrid und Freiburg. Im Jahre 1964 erlangte er in Hamburg den Grad eines Magisteratium im Fach französischer Literatur. An der Sorbonne bestand er 1972 die Prüfung zur Promotion eines Dr. Phil. An der Fernuniversität Hagen wurde er im Jahre 1990 zum Professor für Soziologie ernannt. Von 1965 bis 1972 gehörte er dem Büro des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Paris an. In dieser Zeit war er auch Lektor für deutsche Sprache und Politik am Institut der Tutspolitics and Ecole Nationale der Administration in Paris. Von 1972 bis zum Jahre 2002 übernahm er das Amt des Direktors am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Am Europakolleg in Natolin, Warschau, war er Vizedirektor von 2004 bis 2007. Weiterhin nahm er die Funktion eines Vizepräsidenten und Vorsitzenden des Exekutivkomitees der Europäischen Kulturstiftung in Amsterdam von 1976 bis 1995 wahr. Auszeichnungen Offizier des Euter National Domeit im Jahre 1985 Offizier der Ehrenlegion Bundesverdienstkreuz I-Klasse Goldmedaille der Stiftung FVS Hamburg Schriften Kommentierte Bibliografie Deutschland nach 1945 Bonn-Bad-Godesberg 1972 Französische Germanistikstudenten DAAD-Bad-Godesberg 1974 ISBN 3-87192-0290 Perspektiven der Frankreich-Kunde Ansätze zu einer interdisziplinär orientierten Romanistik Tübingen 1974 Deutschland studieren 2 Bonn 1975 Fallstudien und didaktische Versuche Bad Godesberg 1975 Kulturpolitik für Europa Planungsansätze Europäischer Stiftungsarbeit Bonn 1977 Deutschland Frankreich Europa Bilanz einer schwierigen Partnerschaft München 1978 Das Bündnis im Bündnis Deutsch-Französische Beziehungen im internationalen Spannungsfeld Berlin 1982 Deutsch-Französische Beziehungen Hagen 1984 Die rätselhaften Deutschen Die Bundesrepublik von außen gesehen Mit Brigitte Sauzai Stuttgart 1985 Einführung in die Frankreich-Forschung Hagen 1986 Esprit Geist 100 Schlüsselbegriffe für Deutsche und Franzosen mit Jacques Lénhardt München 1989 und M.P.1993 ISBN 3.492.399.561 verendt Fassung Fremde Freunde Deutsche und Franzosen vor dem 21. Jahrhundert H.G. Französ Fassung Mit Jacqueline H.T.Augardet des Valentendus Le commerce franco-alemantes IDX S.U.D. 1992 ISBN 2.868.694.411. Und M.P.E.B.D. 1997 ISBN 2.742.742. 113.778 Motor für Europa Deutsch-Französischer Bilateralismus und Europäische Integration Bonn 1990 De Gaulle Deutschland und Europa Mit Wilfried Loth Obladen 1991 L'identité européenne Analyses et propositionspour Les renforcement du Neurope pluraliste UNE l'étude de la trans-European policies Studies Association Brüssel 1994 1994 Deutsch-Französischer Hochschulaustausch Stand und Perspektiven Ludwigsburg 1998 A Pilot Study on Innovating Education and Learning The Role of Foundations and Corporate Funders Brüssel 1998 Education Funding in Europe Brüssel 1998 Integrating Youth Integrating Youth into a Changing Society The Role of Foundations and Corporate Funders Brüssel 1999 Generation Erasmus Zum Europa-Bild junger Europäer in Merkur J.G. 58 Bd. 4 2004 S